Hallo, hier unser nächstes Video zum Thema Weihnachtsdekoration selber machen. Ich zeige euch jetzt, wie man mit Goldspray Tannensapfen verzieren kann. Auch hier benötigen wir wieder schöne Tannensapfen. Dann entweder Goldlack oder in dem Fall Glittergoldlack, das glänzt dann noch schön. Auch die Dose wieder, ein bis zwei Minuten Werkzeug schütteln. Und im Abstand von 30-40cm die Tannensapfen besprühen. Auch dieser Lack sollte zum Trocknen gelegt werden. In zehn Minuten kann man die Tannensapfen bereits anfassen, aber vollständig getrocknet werden. Und dann sinkt die Tannensapfen erst in 24 Stunden. Vielen Dank und schauen Sie gerne auch unser Video zum Thema Adventskranz. Und hier nun unser Endresultat der Weihnachtsdekoration mit Tannenzapfen. Vielen Dank. Vielen Dank.